Hallo Gladbach-Fan, ein weiterer Name wird als möglicher Ersatz für Turam gehandelt. Bevor wir darauf eingehen, abonniere unseren Kanal, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Wird Roland Wirkus, der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, endlich in der zweiten Versuch den Torschützen Vangelis Pavlidis für das Team gewinnen können, um Markus Turam zu ersetzen? Mit einer großartigen Torausbeute in den letzten Jahren und einem Alter von nur 24 Jahren hat Pavlidis noch viel Potenzial, um sich weiterzuentwickeln. Gladbach ist interessiert daran, den Spieler zurück zum Verein zu bringen, und Wirkus scheint bereit zu sein, ihn als Nachfolger von Turam in Betracht zu ziehen. Mit dem Vertrag des aktuellen Spielers, der im Sommer 2023 endet, sucht das Team wahrscheinlich einen Ersatz für die kommende Saison. Als Fan, was denkst du über diese mögliche Verpflichtung? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit. Was hältst du als Gladbach-Fan von dieser Nachricht? Schreib uns deine Meinung in den Kommentaren.